Die erste größere Gewitterlage der Saison 2019 steht uns bevor. Es geht heute los mit zum Teil kräftigen Schauen und Gewittern, die sehr langsam ziehen. Morgen wird sich das Ganze steigern und möglicherweise könnte das in der kommenden Woche sogar mit einer Hochwasserlage weitergehen. Wir halten sie hier bei Wetterkomm auf dem Laufenden. Das Problem ist, die Schauen und Gewitter ziehen sehr langsam, können an Ort und Stelle sehr viel Regen bringen. Und da wir es noch mit leichter Höhenkaltluft zu tun haben, kann sich auch viel kleiner Hagel bilden, da an Ort und Stelle sich dann zusammen akkumuliert und wir die Schneeschaufel brauchen. Es geht aber jetzt erst einmal friedlich los. Wir haben an den Küsten noch Nebel, sonst viel Sonnenschein, im Südwesten Quellwolken. Aus diesen Quellwolken entstehen im Laufe des Tages Schauer und Gewitter und man sieht es hier an den dunklen Bommeln. Die können lokal dann mehr als 50 Liter Regen auf den Quadratmeter bringen und das kann die Kanalisation nicht packen. Also in der Südwesthälfte, die Schauer und Gewitter, auch an den Küsten können sich einige Schauer und Gewitter bilden. Der große Rest hat Sonnenschein. Hier ist die Unwettergefahr jeweils am höchsten. Die Temperaturen erreichen dazu 19 bis 25 Grad und es ist ja sonst dort, wo wir die Sonne haben, ein komplett anderes Flair als bisher. Morgen steigert sich das Ganze. Liegt daran, dass wir heute sehr wenig Wind haben. In der Südwesthälfte steht die Luft fast. Im Norden haben wir noch diesen Südostwind. Und diese Grenze hier, die wird morgen für kräftige Schauer und Gewitter vor allen Dingen in der Mitte sorgen. Ausgespart bleiben wir am ehesten noch direkt an den Küsten. Aber morgen besteht auch verbreitet Unwettergefahr mit zum Teil heftigen Schauen und Gewittern. Auf Rügen, gerade im Norden Rügens, da merken wir kaum was davon. Da haben wir eher ein bisschen mit Seenebel zu kämpfen. Und in einigen Regionen bleibt es dann morgen auch den ganzen Tag übersonnig. Die Temperaturen steigen noch ein bisschen an, erreichen im Nordosten bis zu 27 Grad. Fühlt sich alles viel, viel wärmer an. Im Südwesten, wo die Schauer und Gewitter schon am Vormittag loslegen, sind es nur in Anführungszeichen 18 bis 22 Grad.